Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Age of Empires 2 HD Edition. Ja, wir sind hier in der Kampagne von Genghis Khan und möchten heute den Russen, ja, eine überbraten. Gut, der Kamelreiter hier ist schon mal vorgelaufen. Warum auch immer, ich schätze mal, weil er lustig ist und weil er es kann. Unsere Armeen ziehen dann schon mal frisch fröhlich nach und werden auf ihrem Wege alles plättern, was nicht nid- und nagelfest ist, schätze ich mal. Also, stopp mal kurz. Die Ramböcke werden sich die Gebäude vornehmen, genauso wie die Trieböcke. So, und ihr nehmt euch das hier vor. Ganz einfach und unkompliziert. So, ja. So, ist fein. Jawohl. So, ihr könnts da vielleicht noch ein bisschen schießen. Vielleicht dann geht der raus. Sehr schön. Und ich merke schon, wir können... Ich glaube, wir brauchen dringend, äh, militärischen Nachschub vielleicht. So. Also, das heißt, wir müssen noch ein paar, ja, Leute erschaffen, die uns dabei stehen. Oder? Nein, wir sind voll. Echt? Okay. Hätte ich jetzt nicht den Weg gerettet. Okay. Halt mir. Äh, halt was? Was macht ihr denn da? Ihr macht das kaputt. Genauso wie ihr. Und hier, nehmt euch nur das Militär vor. Da. So, und die Literleins schön kaputt machen. So, schaut's gut aus. Ja, wohl. So, immer schön dabei bleiben. So, ist gut. Wieder einpacken. Ihr könnt schon mal das da kaputt machen. Ihr macht's hier weiter mit dem Typ ist da. Ihr rollt mal die Richtung. Ihr könnt hier schon mal was kaputt machen. Ihr werdet euch hier hinstellen. Und das da kaputt machen. Ja, das schaut gut aus. Also, die Mölschen drehen voll durch. So. Ja, so schaut's fein aus. So, muss ich weitermachen hier. Wo wollt ihr hin? Da, hierbleiben. Da, bitte. Schön hier alles zusammenhauen. Da, die Gnädigste muss weg. Wow, ey, was macht's ihr? Ihr sollt's da oben, ne? Super, meine Drieböcke. Geht's mal ein bisschen aus dem Dorfbewohner, oder? Was macht ihr da, Sandl? Macht's doch wenigstens die alte Schacke hin. Ne? Wenn's sonst nicht viel geht. So, ja. Einpacken bitte. So, hinmachen. Hm, ihr solltet mal nachrücken. Jetzt bist du der Einzige, der überstanden hat. Ja, natürlich. Ich bist der Einzige, der es überstanden hat. Wie sollte es denn noch anders sein? Dann werden wir hier gleich ein paar entwickeln. So, ja. Könnt ihr eigentlich nicht da blätten, ne? Bevor Größeres, also Schlimmeres passiert. Ihr bauts das hier auf. Und macht hier alles platt. Ja, ja. So wird das dann. Krawusch. Krawutta. Jawohl. Dann könnt ihr euch schon, ja, das macht's auch noch hin. Okay, kaputt machen. Jawohl. Sehr gut. Ja, ihr könnt euch da, ne? Dorf holen und so. Die müssen auch weg. Ja. Ja, jawohl. Kaputt ist er. So, ja. Alles wieder. Alles wieder. Alter. Ich würde dir gerne Vollgas ab. So. Ich würde sagen, die rössische Plätten. So, du kannst hier zusammenbauen. Genau. Du kannst damit helfen. So, du rollst ein Stückchen weiter. Wie schaut's denn da oben aus? Ja, eigentlich könnt ihr die aufflücken. Wird ich vorschlagen. So. Hm. Was machen wir denn mit euch? Eigentlich. Oh ja, sehr gut. Da unten den Handel unbedingt. Also den Marktding. Machen. Und die bearbeiten noch beim Haus. Ja, ja. So wird das was. So. Ich würde das auch wiederholen. So. Ich würde das auch wiederholen. Bitte nicht gut. Okay. Ja. Ich würde das auch wiederholen. Und, jawoll. Sehr gut. Können wir das noch machen. Passt und ihr rollt es mal in die Richtung. Wobei, das Zeug kann man eingehen lassen, ne? Besser ist vielleicht, wenn wir uns hier sammeln. Da oben ist noch ein Dorfbewohner, der gehört weg. Der muss unbedingt sterben, der muss weg, da gibt es nichts. So, ihr macht es hier weiter. Jawoll. Weg mit dem Dorfbewohner. So, jetzt fein. Der Dorf ist auch schon geblättert, sehr schön. Die können sich hier hinstellen. So, die müssen auch nach. Haben wir wohl niemanden vergessen? Schaut gut aus. Was haben wir denn da unten anzubieten? Ja, die paar... Die paar... Oh oh, die paar Leute sind auch wurscht. Ahaha, die Felder, auf die habe ich komplett vergessen. Pfui. Böse, 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 böse. So. Schnellstmöglichst neue Felder. Böse, 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 böse. Böse, böse, böse. Bindes ja. Jetzt haben sie schon was zu tun. Bam, bam, bam. Bö, 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 bö. Böse, 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 böse. Jawohl, wir hauen rein. Wir haben noch ein Gold vorkommen, falls wir es brauchen sollten. Was ich nicht ganz glaube, ehrlich gesagt. Na nun fährst du nicht. So, wir bewegen uns jetzt weiter in Richtung Gelb. Was müssen wir jetzt eigentlich machen? Die Gelben sind die Russen oder was? Im Norden lassen sie blabla aufmarschieren, um Russland zu erobern. Okay. Müssen dann die Gelben sein, ne? Bist du ein... Nein, das sind Bärser. Dürrö? Was? Wo gibt's ein Dürrö? Wartet mal. Hm. Russen, Vorsicht, sie werden angegriffen. Aber wo kommt ihr denn her? Also, was macht ihr da unten? Das ist halt auch interessant, ne? Das heißt, die Russen sind noch nicht besiegt. Die Vatschka gibt's noch irgendwo. Ja, macht sie platt. Passt, dann geht's eher da hin. Oh, die Russen sind besiegt. Jö. Okay. Das ging schneller als erwartet. Und jetzt besiegen sie das Reich der... Okay. Das sind dann wohl die Gelben. Halt. Da können wir uns hier sammeln. Das müssen dann die hier sein, ne? Ja, ja. Die müssen wir jetzt auch noch besiegen. Was zum Henker? Wer denn? Ein Wolf. Genau. Weg mit dir, Mistviech. Grummel, grummel, grrrr. Genau. Ähm, Wald. Ich würde sagen, wir machen da oben noch so ein... Ja, oder? Ja, wir machen da oben noch so ein Lager hin. Bam. Die arbeiten schön fleißig. Die sind fleißig wie die Honigbienchen. So. Ja, genesen sind so gut wie alle. Dann machen wir uns auf den Weg. Dann, dann. Die werden ihr blaues, grünes und gelbes Wunder erleben. Oh, oh, Achtung. Leute, haltet ruhig fest. Es geht ab. So, ihr haltet's Wache. So, ihr schlagt die Tür ein. Ihr tut's schon mal hier in die Dörfe ohne Ärgern. Ihr tut's hier, ne? Die Blätter. Nichts in die Wand. Nicht in die Tüte. Vielleicht kann man verkehren. Alter, alter, alter. Ich glaube, von der Seite müssen wir auch langsam angreifen. Aber da haben wir halt nicht viel, ne? Ob sich das auszahlt. Yes, das ist nah. Jawohl, sehr schön. Ihr macht's euch schon mal auf den Weg. Irgendwo hier muss es ein... Da ist der Burg, ne? Wo sind wir zwei zusammenpacken? Schnell nachschub holen. Alter, ihr müsst Gas geben. So, wir müssen die Elefanten da auch was haben. Was zum Arbeiten. Haben wir eigentlich noch Mönche? No, das schaut nicht gut aus. Das heißt, wir brauchen auch zwei Mönche mit. Wie ist das Bevölkerungslimit? Das reicht, alter, keine Zeit. Auf geht's, meine Herren. Wie schaut's denn hier aus? Das Tränen tut schon was. Das darfst du halt nicht mal passieren. Hier geht's immer schnitt hier, ne? Boah, aua, aua, aua. Ey, was macht's ihr da? Die warten da einfach mal auf bessere Jahreszeiten, ne? Ja, boah, aua, 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 aua. So, das muss weg. Alter, diese Elefanten. Die machen einen schwach. Und die nächste Partie. Schön langsam trudeln die Ersten. Die Ersten, genau. Die Ersten trudeln langsam ein. Platz hier. Ja, die nächsten. Wie schaut's denn die Belagerungswaffen aus? Das sehe ich gerade. Wartet mal. Da werden wir gleich den... Die Belagerungsramme werden wir entwickeln tun. Hier kann man so eigentlich bis streng gesehen nicht viel mehr entwickeln, ne? Da könnte man nur noch hier vielleicht zwei, drei Böcke machen. Bleibt es hier. Dann könnte man eventuell noch ein paar Rahmen machen. Man könnte vielleicht ein Chevalier noch ein bisschen basteln. Da, wie schaut's aus? Da kommen die Nächsten. Auch wieder mehr. Da kommt die Nächsten. Jawohl. Hier hin mit euch. So, weg mit euch. So, ihr müsst auch gleich helfen. Das ist ein Kackpfarrer geht mir im Arsch. Mist, Fink. Oh, immer schön feste Frauen. So, gut. Da kommt der Nächste. Da kommt wieder eine Mäute. Müssen weiter entwickeln. Ein paar Chevaliers noch. Alter, brü, 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 brü. Ist schon gut. Ist wie ein Arbezug. Oh, yeah. So geht das nicht. Bitte schön. Ja, was denn? Geh raus da. Da kommt die Mäute. Vorsicht. Und bekehren. Geh raus da. Aber die Burge schau mal hin. Boah, wir müssen uns jetzt langsam sammeln, ne? So, jawohl. Geht schon. Wickeln. Okay, es fehlt der Gord. So, immer schön Nachschub. Alter. Ich bin wieder voll aufs Goschen. Reiß es nieder. Reiß es nieder. Boah, ey. Geht's ein bisschen weg da. Wobei, dann ein Elefanten vielleicht. Vielleicht können wir einen einzigen Elefanten bekehren. Komm schon. Du dreckste Elefant. Ach, kack Elefant. Ich hätte es sein lassen sollen. Wäre gescheiter gewesen. Kack Elefant. Müssen wir uns hier sammeln. Wie schaut es da aus? Ja, der ist auch schon besiegt. Wir müssen uns ein bisschen sammeln. Nein, es hilft nix. Leider, leider will ich sammeln. Alter, der Part ist auch schon wieder zu Ende. Boah, ey. Ein paar Dinge brauchen wir auch noch. Da fehlt es wieder an Gold. So, aufschließen. So, her da mit euch. Vielleicht gelangen die dorthin. So, dass die hier vielleicht es schaffen, die Elefanten umzunieden und vielleicht können die Trieböcke das Dorfzentrum hier zerstören, was super wäre. So, Nachschub. Ihr müsst sie ein bisschen beschützen. Der hilft leider nix. So, ja. So, ist gut. Boah, ich bin gerade viel sprachlos. Entschuldigung, vielleicht das Schauen, ne? So, rein da mit euch. Die nächsten Chevaliers sind auch schon unterwegs. Halleluja, ne? Jetzt geht's ab. Ich werde ein bisschen Essen verkaufen. Ja, 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 ja. Bitte schön und bitte sehr. Ein paar tausend Essen verkaufen. Viel mehr Gold. Es wäre schon gut, da unten auch ein Dingens zu bauen. Klick, 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 klick. Ah, ihr könnt es euch auch wieder auf den Weg machen. Schaut aus, wie weit's sind wir gefallen. Schaut euch mal so schlimm aus, ne? Da, mithelfen. Na, du kannst ruhig weiterfahren. Mittle, russ, drei. Mittle, russ, drei. So. Ein bisschen warten. Jawohl. Und abmarsch. Die nächste Partie. Immer schon, immer schon schön stößchenweise. Dann wird das was. Verflixt und zugenäht. Ist der Part auch schwer zu Ende? Ja, ja, die sind ein harter Brock. Da müsste man quasi wirklich von beiden Seiten da anstürmen. Das heißt, wir brauchen hier auch eine Belagerungsgeschicht. Wir haben hier keine Dorfbewohner mehr, ne? Dann nehmen wir da einen. Ich baue mal einen. Wieso greifst du den an, du Trottel? Haben wir dir das gesagt? Nein. Und du tust trotzdem. So. Dann tun wir einen zweiten Mönch dazu. Wie schaut's da aus? Alter. Kackviech. Das ist ja Elefanten, ne? Die gehen mir im Arsch. Muss ich echt sagen. Blöde Viecher. Ja, ich muss den Part beenden. Verflixt. Ähm. Nichtsdestotrotz, es schaut nicht schlecht aus. Wir kriegen das auf alle Fälle hin. Keine Panik. Das wird schon. Hoffentlich. Ha, ha, ha. Naja. Jedenfalls, ähm. Ja, sehen wir dann im nächsten Part, wie es weitergeht. Wir werden hier auch fest Belagerungswaffen herstellen. Wir werden Armeen bauen. Wir werden groß und stark sein. so und so. Mh. Dass wir hier dann die gelben Fuzzis da schön die Leviten lesen können. Nach und nach kommen immer unsere Grübchen da an. Das passt. Es werden auch ständig neue nachproduziert. Das ist schon fein. Das passt schon. Das machen wir noch schnell. Das geht. Nein, so passt schon. Okay, meine Lieben. Ich muss leider sagen, dass es wieder für heute war. Es war mir wieder ein Volksfest. Eine Ehre. Hier sammelt sich die nächste Armee. Na, die gelben werden sich noch anschauen. Die machen wir im nächsten Part auf jeden Fall platt. Ich werde mein Bestes geben. Ihr Lieben, ich bedanke euch wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, weil ihr das Video schaut und wir hören uns beim nächsten Mal. Wo geht's denn ihr hin? Äh, tschüssi.